Vor ein paar Tagen ging ein Video durchs Internet vom Flughafen Miami, auf dem ein Airbus A330 der spanischen Iberia zu sehen war, wie er auf einer Piste des Flughafens landete, das allerdings nur ein paar Sekunden nachdem auf derselben Bahn eine 747 der Lufthansa gestartet war. Ja, das sorgte für richtig ordentlich Diskussionen. Es wurden viele interessante Fragen gestellt und wir haben hier mal vor zwei Tagen versucht, einen Großteil dieser Fragen sachlich, neutral und vernünftig zu beantworten und das dann alles auch mit entsprechenden Dokumenten zu belegen und ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert. Dann war ich aber doch ein bisschen überrascht, dass auch in den Kommentaren unter meinem Video die Diskussion so fleißig fortgeführt wurde. Da sind auch mal ein paar interessante Punkte zusammengekommen und ich habe selten das Bedürfnis, so viele Kommentare unter einem Video wirklich zu beantworten. Da dachte ich mir, da macht es heute Sinn, das mal in ganz lockerer Atmosphäre einfach mal zu tun, in einem Video für alle zu tun und aus dem Grund habe ich ein paar Kommentare unter dem Video rausgesucht. Die wird jetzt einfach mal durchgehen und ich versuche die ganzen Dinge so gut wie möglich zu beantworten oder einfach mal ein bisschen was dazu zu sagen und eventuell die letzten verbliebenen Fragen zu klären und damit viel Spaß. Erst einmal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr noch so viele Kommentare zu diesem Thema verfasst habt. Ich habe mich, wie gesagt, echt ein bisschen darüber gewundert, dass es da noch zu einer solchen Diskussion gekommen ist, habe aber gesehen, da war beispielsweise ein Fluglose dabei, der noch ein bisschen was erklärt hat. Da waren viele Leute dabei, die aus ihrem Wissen heraus nochmal ein paar interessante Punkte zu diesem Thema beigetragen haben. Danke dafür. Und jetzt gebe ich auch nochmal meinen Senf dazu. Ich hoffe, da kommt dann was Interessantes bei rum. Und am besten fangen wir direkt mal mit dem ersten Kommentar an, den ich mir rausgesucht habe und zwar hat den der liebe Klaus geschrieben. Er schreibt, besser ist, man sitzt im Flugzeug, dann bekommt man diese kurzen Abstände nicht mit. Für den Filmer sah es wohl spektakulär aus, aber die Fluglotsen wissen wohl, was sie tun. Ich habe es ja in dem Video von vor zwei Tagen schon so ein bisschen dazu gesagt. Das ist für uns natürlich jetzt nicht ganz so einfach zu beurteilen, weil wir ganz einfach nicht mithören können, was die Fluglotsen da mit den Piloten in dieser Situation kommuniziert haben. Aber ich gehe wirklich fest davon aus, dass hier alle Beteiligten wussten, was sie tun. Und das mit den Abständen kommt in dem Video sicherlich auch schnell mal ein bisschen falsch rüber. Ihr müsst bedenken, so eine Runway ist an einem Flughafen wie Miami direkt mal mehrere Kilometer lang. Und ein voll beladenes Verkehrsflugzeug der Größenordnung einer 747 oder eines Airbus A380 benötigt halt auch gerne mal, je nachdem wie ausgereiht der Takeoff aus welchen Gründen auch immer sein muss, zwischen 2000 und 3000 Meter einer solchen Startbahn, um wirklich abheben zu können. Das heißt, die 747 der Lufthansa, die hier zum Abflug in Miami ja auch sicherlich nahezu voll beladen war, beziehungsweise auf jeden Fall eine ganze Menge Treibstoff in den Tanks hatte, die war hier schon um die 2,5 Kilometer vom landenden A330 entfernt, als der die Landebahnschwelle zu dieser Piste überflogen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, dass so ein Airbus A330 zur Landung ja auch nicht ganz langsam ist, also um die 240, 250 kmh wird der sicherlich drauf gehabt haben, je nachdem wie schwer das Flugzeug zum Zeitpunkt der Landung war. Aber dieser A330 hat zur Landung eben nicht mal annähernd so viel Treibstoff in den Tanks wie eine Boeing 747 zum Start und die 747 muss beim Start deutlich schneller sein als der A330 bei der Landung. Das nur mal so. Und selbst bei diesen Geschwindigkeiten sind über 2 Kilometer durchaus eine Distanz, für die man etwas Zeit benötigt. Zusammengefasst wollte ich dir also eigentlich nur kurz recht geben und zwar, dass der Zoom der Kamera und die Perspektive sicherlich auch ein bisschen dafür sorgt, dass das deutlich enger aussieht, als es unterm Strich dann wirklich ist. Der nächste Kommentar, den ich mir rausgesucht habe, kommt vom lieben Daniel. Der schreibt nämlich, eine in Anführungszeichen zu früh gegebene Landefreigabe würde mich jetzt auch nicht wundern. In den USA erlebt man es ja regelmäßig, wie drei bis vier Flugzeuge gleichzeitig ihre Freigabe bekommen. Man verlässt sich also auf den Funk, um gegebenenfalls die Anweisung zum Go-Around zu geben. Und das ist ein Punkt, den viele von euch angesprochen haben, den ich in dem Video nicht angesprochen habe. Also hätte ich definitiv machen sollen, denn ihr habt natürlich recht, in den Vereinigten Staaten ist das Ganze mit dieser Landefreigabe nochmal etwas anders geregelt, als ich das in dem Video nur kurz angerissen habe. Es gibt da nämlich wieder eine Sonderregelung in dem, ja, schon im Video angesprochenen Dokument mit dem wunderschönen Namen 7110.65 Yankee. In den Vereinigten Staaten ist es durch dieses Dokument dann so geregelt, dass der Fluglotse also die Möglichkeit hat, eine verfrühte Landefreigabe rauszugeben, eine Landefreigabe auszusprechen in dem Moment, wo er sicherstellen kann, dass die Mindestabstände zwischen den beiden Flugzeugen dauerhaft eingehalten werden können. Das Ganze natürlich unter der Voraussetzung, dass er dauerhaft ein Auge auf die Situation haben muss, um eben sofort erkennen zu können, dass die Mindestabstände vielleicht nicht mehr eingehalten werden können, um dann eben entsprechende Anweisungen an die jeweiligen Flugzeuge rauszugeben. Und er gibt der Iberia-Maschine die Zusatzinformationen, Iberia so und so, Wind so und so, Runway so und so, Clear to Land, Traffic will depart prior to your arrival. Mit anderen Worten, der Verkehr da unten, der wird weg sein, wenn du dort ankommst. Um das also klarzustellen, der Fluglotse hatte hier definitiv die Möglichkeit, eine verfrühte Landefreigabe für den Iberia A330 auszusprechen, auch in dem Moment, wo sich noch eine 747 der Lufthansa auf der Bahn befand. Gut, allerdings möchte ich mich bei dem ganzen ATC-Thema nicht ganz so lange aufhalten, denn wir haben einfach nicht mitgehört. Wir wissen nicht, was da genau kommuniziert wurde, das ist jetzt echt viel Spekulation, aber ihr habt absolut recht, es steht in diesem Dokument drin. Also die Möglichkeit in den Vereinigten Staaten für diese frühe Landefreigabe gibt es auf jeden Fall. Dann haben ganz viele geschrieben, das Tometien beispielsweise oder Deppengaming LP habe ich mir herausgesucht, interessant wäre es geworden, wenn der hintere hätte durchstarten müssen, beziehungsweise im Falle eines Startabbruches könnte das schon böse enden. Ich habe es eben schon mal ganz kurz angerissen, diese zweieinhalb, vielleicht fast drei Kilometer, die zwischen diesen beiden Flugzeugen lagen, das darf man nicht unterschätzen. Das ist schon einiges an Distanz, auch wenn man sich mit 250 kmh bewegt, das andere Objekt bewegt sich ja auch und zwar in diesem Fall bewegt sich das vordere Objekt auch noch schneller vom hinteren weg, ist ja auch vollkommen egal. Auf jeden Fall, wir gehen das einfach mal kurz durch. Der hintere hätte durchstarten müssen, das wäre in diesem Fall der Iberia A330, dann kann der Fluglotse entscheiden. Natürlich ist es dann eine dynamische Situation, keine Frage, aber die Leute, die da arbeiten, die kriegen ja alle eine ganze Menge Geld, dass sie mit solchen dynamischen Situationen umgehen können und glaubt mir, das kriegen die auch auf jeden Fall hin. Der Lotse hätte beispielsweise die Möglichkeit, und das wird auch sehr gerne so gehandhabt, den Iberia A330 nicht einfach so den Standard Mist Approach fliegen zu lassen, also das Standard Durchstart Manöver mit dem Standard Routing, was dazu gehört, was auf jeder Anflugkarte dann mit veröffentlicht ist, sondern der Lotse hätte dem Flugzeug dann ganz einfach einen Kurs gegeben, eine Höhe gegeben und somit einen eigenen Mist Approach für diese Maschine gebaut und sich das Flugzeug dann eben dahin gelegt, wo er es gerne haben möchte. Und das ist dann eben nicht im Abflugsektor der 747. Mit anderen Worten, selbst wenn es zu der wirklich etwas ungünstigen Situation gekommen wäre, dass man hier jetzt über einer aktiven Start- und Landebahn zwei fliegende Flugzeuge hätte, und zwar zwei wieder steigende, wieder schneller werdende Flugzeuge, eine abfliegende 747 und einen durchstartenden Airbus A330, dann hätte der Fluglotse das ganz einfach so koordiniert, wie er das haben möchte und glaubt mir, das funktioniert dann auch. Andere Situation, die etwas ungünstig wäre, man hat auf einer aktiven Start- und Landebahn beide Flugzeuge jetzt am Boden, das heißt, Lufthansa 747 bricht den Start ab und Iberia A330 möchte ganz normal landen. Auch hier muss der Lotse natürlich ein Auge drauf haben und auch die Piloten müssen ein Auge drauf haben und der Iberia A330 müsste ganz einfach ein Durchstartmanöver fliegen, ein Go-Around fliegen. Das geht auch noch in geringer Höhe, das geht sogar auch noch dann, wenn die Reifen des Flugzeuges die Landebahn bereits berührt haben. Das wäre dann quasi ein Touch-and-Go, auch das würde durchaus funktionieren und klar, als Passagier kann ich mir gut vorstellen, dass das gerade in dieser geringen Höhe echt etwas unangenehm ist, wenn man das noch nie mitgemacht hat, aber aus Pilotensicht kann ich sagen, dass so ein Go-Around ein Manöver ist, was sehr sehr standardisiert ist, was sehr vergleichsweise einfach abzufliegen ist, weil man es einfach sehr häufig trainiert, weil es immer mal wieder auch zu einer solchen Situation kommt, dass man ein Go-Around aus niedriger Höhe fliegen muss. Gar nicht unbedingt, weil man es selber verbockt hat, sondern weil eben vielleicht ein vorher gelandeter Verkehr die Bahn noch nicht verlassen hat oder irgendwie sowas. Und ihr müsst euch vorstellen, die Piloten im Cockpit des A330 der Iberia haben diesen Go-Around-Fall schon im Briefing durchgesprochen, haben den soweit vorbereitet. An ihrem Panel ist oben die Höhe eingestellt, die sie jetzt anfliegen müssten, wenn sie einen Go-Around bekommen würden. Und ganz egal, ob es sich jetzt bei dem anfliegenden Verkehr um einen Airbus oder um ein Boeing-Flugzeug handelt, so einen Go-Around zu beginnen, so einen Go-Around einzuleiten, das ist auch in niedriger Höhe vergleichsweise einfach. Maximalen Schub gibt es entweder auf Knopfdruck oder indem man die Hebel voll nach vorne schiebt. Und klar, das geht jetzt nicht alles sofort, also es dauert ein bisschen, so ein Verkehrsflugzeug ist logischerweise träge. Die Triebwerke brauchen ein bisschen, bis sie die volle Leistung liefern können, aber nicht zuletzt für diese Situation eines Go-Arounds hält man die Triebwerke durch zusätzlich geschaffenen Widerstand in Form von Landeklappen und Fahrwerk, ja auch in einem flexiblen Arbeitsbereich. Der liebe Burkhard hatte da auch noch so ein paar Bedenken, sowas wird so lange praktiziert, bis es irgendwann mal so richtig knallt, dann erst werden Vorschriften geändert und gängige Vorschriften eingehalten. Und hier war das auch so, hätte der A330 durchstarten müssen, wären die beiden vermutlich in einem Abstand von ein Kilometer hintereinander hergeflogen, was meines Erachtens nach viel zu gefährlich ist, von den Turbulenzen der Lufthansa-Maschine gar nicht zu reden. Also, nur ganz kurz, um das Thema dann mit dem Go-Around auch abzuhaken, die Lufthansa-Maschine bewegt sich definitiv schneller bei der Rotation als der A330 bei der Landung, das heißt der Abstand würde sich eher vergrößern. Der ist von Anfang an schon größer als ein Kilometer, selbst wenn beide Maschinen abheben, der A330 Go-Around schiebt und die 747 abhebt, auf unter ein Kilometer kommt man da definitiv nicht. Und der Lotse würde die beiden Flugzeuge eben nicht hintereinander herfliegen lassen, sondern eine der beiden Maschinen vorzugsweise den A330 mit seiner Go-Around-Aufforderung direkt mal nach rechts oder links wegdrehen lassen, wie es eben passt. Und, was ich noch sagen wollte, genau, die Wake-Turbulence von der Lufthansa-Maschine, die liegen deutlich drunter unter dem Profil, was dann der A330 fliegen würde. Also, der könnte erstens schneller steigen, weil er leichter ist und zweitens würde er ja viel früher mit einem Steigflug wieder beginnen, als die Lufthansa 747 drei Kilometer weiter die Bahn runter. Das heißt, mit Wake-Turbulence oder sowas kommt er hier gar nicht in Berührung. Einen ähnlichen, aber etwas aufgeregten Kommentar gibt es dazu noch von Mirko, der schreibt, daran ist überhaupt nichts in Ordnung, wenn die startende Maschine den Vorgang abbricht und die landende Maschine durchstarten muss, wäre das eine sehr enge Sache geworden. Ich glaube, das mit dem möglichen Go-Around, das haben wir ausreichend besprochen. Jeder, der hier an dieser Situation beteiligt war, weiß ganz genau, wie er mit einem solchen Go-Around umgehen muss. Und das, was von außen sehr hochdynamisch aussieht und sich von innen als Passagier sicherlich auch hochdynamisch anfühlt, ist natürlich auch dynamisch, aber damit kommen die da vorne klar. Also, das ist für die ein Abarbeiten eines Standard-Procedures, auch in geringer Höhe und das bekommen die definitiv hin, dann würde ich mir gar keine Sorgen machen. Was ich eben noch gar nicht dazu gesagt habe, sorry dafür, die meisten von euch haben ja sicherlich schon mal etwas von einer Entscheidungsgeschwindigkeit V1 gehört, also von einer Geschwindigkeit, ab der der Pilot den Start nicht mehr von sich aus abbrechen wird, sondern das Flugzeug in die Luft bringen wird. Und diese Geschwindigkeit ist natürlich in dem Moment, wo die Nase des Flugzeuges angehoben wird, um zu rotieren, um abzuheben, da ist diese Entscheidungsgeschwindigkeit logischerweise allerspätestens überschritten. Das heißt, hat die Lufthansa 747 jetzt einen Triebwerksausfall in vielleicht zwei Metern über dem Boden, dann kommt der Pilot definitiv nicht auf die Idee, auf der verbleibenden Startbahn zu landen und das Flugzeug da wieder zum Stehen zu bringen, sondern das Flugzeug wird fliegen. Das bedeutet, der Airbus A330 der Iberia wird da definitiv auch nicht hinten reinrollen, denn der darf ja erst dann landen, wenn die Entscheidungsgeschwindigkeit und auch die Rotationsgeschwindigkeit überschritten ist und das Flugzeug sich bereits in der Luft befindet. Also, ansonsten wird halt wie gesagt ein eben schon besprochener Go-Round geflogen, um das nur mal kurz abzuhaken. Aber dann hat er noch geschrieben, das hat mit Effizienz nichts mehr zu tun, das ist gefährlich, das erinnert mich an das Unglück von Los Rodeos, Teneriffa 1977. Die startende Maschine wäre hierbei auch fast, was auch immer auch fast heißen soll, an der auf der, nee Moment, an der sich auf der Bahn befindlichen Maschine drüber hinweggekommen. Den Kommentar habe ich einfach nur dazugenommen, weil dieser Vergleich natürlich echt ganz massiv hinkt. Also, gar nicht böse gemeint, aber das ist ja eine ganz andere Situation. Die KLM 747 wäre hier nicht fast über die Pan M747 drüber hinweggekommen, sondern hier ist ein immer weiter beschleunigendes Flugzeug mit einem auf der Bahn stehenden Flugzeug zusammengestoßen. Und das ist ein ziemlich deutlicher Unterschied zu dem, was wir da in dem Video beobachten können. Da sehen wir nämlich ein Flugzeug, das erst einmal knapp drei Kilometer weg ist und sich mit einer größeren Geschwindigkeit von dem anfliegenden, langsameren Flugzeug entfernt. Da kommt niemand dem anderen näher. Dann nochmal eine kurze Frage für zwischendurch. Martin schreibt, darf der anfliegende Pilot in diesem Fall selbstständig zum Minimum Approach Speed wechseln? Ich glaube, du meinst einfach generell die Approach Speed, also die finale Anfluggeschwindigkeit, die er für seinen Anflug haben möchte. Diese Annahme, er hatte Geschwindigkeitsanweisungen, zum Beispiel 160 Knoten bis vier Meilen, wenn er sieht, dass die 747 einen Line-Up macht. Ja, der Pilot muss natürlich irgendwann zu seiner Approach Speed wechseln, muss weiter verlangsamen, um das Flugzeug auch final konfigurieren zu können für die Landung. Wenn er allerdings eine Geschwindigkeitsanweisung bekommt, zum Beispiel 160 Knoten bis vier Meilen, dann macht es durchaus Sinn, diese 160 Knoten zu halten, da sich der Lotse definitiv etwas dabei gedacht hat. Und wenn er dichter als vier Meilen an der Bahn dran ist, dann ist mit diesem Funkspruch natürlich automatisch auch gemeint, dass er langsamer werden darf und dann auch auf seine ganz normale Anfluggeschwindigkeit reduzieren darf. Das mit diesen Geschwindigkeitsvorgaben und den dazugehörigen Meilenangaben, das erlebt man übrigens ganz oft, so legen sich die Lotsen im direkten Anflug oder im Endanflug ganz einfach die Flugzeuge so zurecht, wie sie es brauchen und passen eben die Abstände extrem genau an, damit das genauso effizient wird, wie das da in Miami zu sehen war. Jetzt habe ich noch einen Kommentar, den ich etwas komisch fand, wo ich mich ein bisschen drüber gewundert habe. Ich lese ihn vor. Joe GMI oder wie auch immer schreibt, na, das ist ja ziemlich aber witzig, wenn dieses Ereignis als übliche Prozedur erklärt wird. Hätte die 747-8 der Lufthansa den Start abbrechen müssen, hätte der Iberia A330 einen riskanten Overshoot machen müssen. Also hübsch ruhig bleiben, in Klammern Ausrufezeichen, bis bei diesen riskanten Manövern tatsächlich mal etwas passiert und sich die Verantwortlichen dann die Augen reiben werden, mit der Maßgabe hier nach Veränderung zu suchen, um die Sicherheit nicht weiter zu gefährden. Ich glaube, da muss ich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Das Thema mit dem Startabbruch oder dem Go-Around haben wir jetzt, glaube ich, mehr als ausführlich besprochen. Ich bin ein bisschen gestolpert über den Begriff Overshoot. Ich kenne vielleicht Runway, Overshoot oder sowas, obwohl man das, glaube ich, auch nicht unbedingt sagen würde. Also ein Überrollen der Landebahn, ein Überschießen der Landebahn vielmehr. Ich habe den Kommentar dann beantwortet. Ich habe ihn gefragt, was er damit meint. Und ich habe es leider gerade nicht gestreenshortet, aber es ging irgendwie darum, dass die Nase des Flugzeuges riskant nach oben gezogen wird oder nach oben gezogen werden muss für das Durchstartmanöver und das dann eben riskant wäre. Und hier wollte ich einfach nur nochmal klipp und klar dazu sagen, dass das, was da gemacht wird bei einem Go-Around, ein absolutes Standardprocedure ist. Und das funktioniert definitiv. Die Piloten rufen diesen Go-Around aus, bekommen die Anweisung von ATC, steigen dann sofort in das Procedure ein, erhöhen den Schub auf Maximalschub, auf Go-Around-Schub, setzen dann die Klappen eventuell eine Stufe zurück, fahren das Fahrwerk ein und es geht quasi mit einem ganz normalen Abflug weiter. Das ist weder riskant noch in irgendeiner Form vorher nicht planbar oder trainierbar. Das können die Leute, die da vorne drin sitzen, keine Sorge. Dass ein Flugzeug wie der Airbus A330 oder die Boeing 747, also ein konventionell gebautes Verkehrsflugzeug, die Nase anhebt, wenn man kurz vor der Landung den Schub auf einmal massiv erhöht, also jetzt zum Beispiel ein Durchstartmanöver einleiten muss, das ist vollkommen richtig. Das ist allerdings nicht gefährlich, sondern absolut handelbar, außer jetzt vielleicht bei der 737 Max. Aber die Piloten können damit auf jeden Fall umgehen. Auch hier also ganz wichtig, die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass man auf einmal vollen Triebwerkstub gibt und das Flugzeug macht 10 Loopings nach hinten und es kommt zur Katastrophe. Das wird so nicht passieren. Gut, damit soll es das heute gewesen sein. Ich hoffe, da war noch ein bisschen was Interessantes dabei. Ich hoffe, ich habe überhaupt so annähernd das an Punkten gesagt, was ich mir vorher vor dem Video zurechtgelegt habe. Mal gucken, was gleich beim Schnitt so bei rumkommt. Ihr könnt euch nämlich nicht vorstellen, wie lange ich gebraucht habe, dieses Video jetzt aufzunehmen. Ich sollte mir definitiv wieder ein Skript schreiben. Gut, viele haben noch in die Kommentare geschrieben, dass sie sich mit dem Thema einfach nicht so gut auskennen, dass sie ein bisschen Laie in dem Thema sind. Und ich wollte nur noch mal sagen, dass das natürlich überhaupt gar kein Problem ist. Ich freue mich, wenn ihr trotzdem Kommentare dazu schreibt, obwohl wir dadurch irgendwelche Dokumente 4.444 durchgaloppieren und 71.10.65 Yankee, was echt abgefahren klingt. Schreibt gerne, wenn ihr Fragen habt. Ich versuche das dann zu beantworten. Vielleicht auch, wenn das heute gut geworden ist, mal in einem solchen Video hier. Und ansonsten sind wir durch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen und bis morgen. Bis zum nächsten Mal.